Danke an alle Hater, warum du dich durch Hass im Internet feiern darfst. Von jedem Hater und von jedem negativen Feedback kannst du etwas lernen. Mehr im Buch auf Amazon und auf www.marcusflickr.com Der Umgang mit Hass im Internet, insbesondere mit sogenannten Hatern, ist ein Phänomen, das in der heutigen vernetzten Welt unvermeidlich geworden ist. Doch anstatt sich davon entmutigen zu lassen, können Hasskommentare tatsächlich als eine Quelle des Wachstums, der Sichtbarkeit und der Selbstentwicklung genutzt werden. Negative Reaktionen sind oft ein Zeichen dafür, dass du auf dem Radar der Öffentlichkeit bist und Aufmerksamkeit erregst. Etwas, das in einer Zeit, in der jeder gesehen und gehört werden möchte, ein großer Erfolg sein kann. Es ist wichtig, Hass als einen natürlichen Teil des Online-Lebens anzuerkennen und die verborgenen Chancen dahinter zu entdecken. Hater als Inspirationsquelle nutzen Hater bieten eine oft übersehene Möglichkeit für neue Ideen und Themen, die deinen Content oder deine Präsenz bereichern können. Jeder Kommentar, auch wenn er negativ ist, eröffnet dir neue Perspektiven. Möglicherweise handelt es sich um ein Thema, das polarisiert oder zusätzliche Klärung bedarf. Indem du darauf eingehst, sprichst du potenziell eine größere Leserschaft an und förderst das Engagement. Hater können daher als Inspirationsquelle dienen und dir helfen, kontroverse oder relevante Themen aufzugreifen, die wiederum deine Reichweite steigern. Strategien im Umgang mit Hatern Gelassenheit bewahren Emotionale Kontrolle ist entscheidend, wenn es darum geht, auf Hass zu reagieren. Hater wollen oft eine emotionale Reaktion hervorrufen. Wenn du hingegen ruhig bleibst und sachlich antwortest, nimmst du ihnen die Macht. Kritik objektiv betrachten Auch wenn es schwerfällt, versuche das Wesentliche hinter der Kritik zu erkennen. Gibt es Aspekte, die dir tatsächlich helfen könnten? Diese Selbstreflexion kann deine Entwicklung positiv beeinflussen. Entscheide bewusst, ob du antwortest oder nicht. Manche Kommentare verdienen keine Reaktion. Andere wiederum bieten dir die Chance, deine Position darzulegen oder Missverständnisse zu klären. Wähle bewusst, welche Rückmeldung du beantwortest, um deine Zeit sinnvoll zu nutzen und dich nicht in endlose Diskussionen zu verstricken. Hater als Bestätigung für Erfolg Negativität im Netz kann tatsächlich als indirekte Form der Anerkennung gesehen werden. Menschen investieren nur dann Energie, um Kritik zu äußern, wenn sie das Gefühl haben, dass deine Meinung, dein Projekt oder dein Handeln eine Relevanz besitzt. Unauffälligkeit führt in der Regel nicht zu Kritik. Wenn du also Hater hast, ist dies ein Anzeichen dafür, dass du Menschen erreichst und eine Wirkung erzielst. Das Sprichwort »Wer keine Kritiker hat, hat nichts Bemerkenswertes geschaffen« bestätigt diese Perspektive und erinnert daran, dass erfolgreiche Menschen mit Ablehnung umgehen lernen müssen. Tipps für den Umgang mit Hater-Kommentaren Sachlich und höflich bleiben Freundliche, höfliche Antworten zeigen Souveränität und wirken oft deeskalierend. Negativität in positive Energie umwandeln Anstatt dich über einen negativen Kommentar zu ärgern, nutze die Energie, die er in dir hervorruft, um dich noch stärker auf deine Ziele zu konzentrieren. Nachfragen und Lernen Ein freundliches Nachfragen kann zeigen, dass du bereit bist, Kritik ernst zu nehmen und daraus zu lernen. Es bringt dir oft eine wertvolle neue Perspektive ein, die dich und deine Inhalte weiterbringt. Die Vorteile von Humor im Umgang mit Hatern Humor kann eine hervorragende Methode sein, um Hater zu entwaffnen und gleichzeitig positive Stimmung zu verbreiten. Mit einem Augenzwinkern auf harte Kommentare zu reagieren, zeigt Gelassenheit und nimmt der Kritik die Schärfe. Indem du die Angriffe ins Lächerliche ziehst, zeigst du deinem Publikum, dass dich negative Meinungen nicht aus der Ruhe bringen. Humor ist außerdem eine Methode, die Sympathien bei anderen Lesern oder Zuschauern wecken kann, die deine entspannten Reaktionen schätzen. Deine Community als Unterstützung Mit der Zeit wirst du dir eine loyale Community aufbauen, die deine Inhalte schätzt und dich aktiv unterstützt. Häufig verteidigen engagierte Follower dich von selbst gegen kritische Stimmen und tragen dazu bei, dass du Rückhalt hast. Diese Unterstützung verstärkt deine Glaubwürdigkeit und schafft einen Raum, in dem du wachsen kannst. Eine starke Community ist ein wertvolles Asset, das dir nicht nur Schutz bietet, sondern auch dazu beiträgt, deine Inhalte weiter zu verbreiten und eine positive Dynamik zu fördern. Selbstbewusstsein stärken und Unabhängigkeit von externer Bestätigung Selbstbewusstsein und eine innere Stärke sind entscheidend, um nicht von der Meinung anderer abhängig zu werden. Hater haben oft das Ziel, deine Selbstsicherheit zu untergraben. Doch wenn du deinen eigenen Wert kennst, wird ihre Kritik an Bedeutung verlieren. Arbeite daran, Selbstliebe und Selbstakzeptanz zu stärken, um dich nicht von äußeren Meinungen beeinflussen zu lassen. Dein Selbstwert sollte unabhängig davon bestehen, wie andere dich bewerten. Hater-Kommentare als Gradmesser für Sichtbarkeit Je sichtbarer du wirst, desto häufiger wirst du mit negativen Rückmeldungen konfrontiert werden. Diese Kommentare können paradox wirken, doch tatsächlich sind sie oft ein indirekter Hinweis darauf, dass du Reichweite und Relevanz erlangt hast. Wer auffällt und mit seinem Handeln eine Wirkung erzielt, wird zwangsläufig sowohl auf Zustimmung als auch auf Ablehnung stoßen. Betrachte Kritik daher als natürlichen Begleiteffekt des Wachstums und nicht als Hindernis. Die Kraft der Selbstreflexion und Weiterentwicklung Selbstreflexion ist ein entscheidender Schritt, um aus jeder Form von Kritik zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Frage dich regelmäßig, gibt es Elemente in der Kritik, die ich für meine Verbesserung nutzen kann? Dieser Prozess führt nicht nur zur Weiterentwicklung deiner Fähigkeiten, sondern auch zur Stärkung deines Charakters und deiner Resilienz. Negative Kommentare und Hater sind also nicht bloß unangenehm. Sie sind eine Gelegenheit zur Selbstentwicklung. Die Herausforderung besteht darin, durch eine innere Stärke und den Fokus auf die eigene Vision auf dem eigenen Weg zu bleiben. Hater sind nicht das Ende deines Erfolgs, sondern ein Zeichen dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist und dass du dich mit Klarheit, Selbstbewusstsein und der Bereitschaft, dich kontinuierlich zu verbessern, feiern darfst. Mehr im Buch Wie werde ich im Internet sichtbar? Starte mit Social Media für Erfolg durch deinen Online-Auftritt und mehr Sichtbarkeit auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Dein Feedback hilft nicht nur dabei, diesen Podcast zu verbessern, sondern unterstützt auch, dass noch mehr Menschen auf ihn aufmerksam werden. Wenn du auf YouTube zuhörst, vergiss nicht, den Daumen hoch zu klicken und den Kanal zu abonnieren, um keine zukünftigen Folgen zu verpassen. Dein Like zeigt mir, dass dir der Inhalt gefällt und motiviert mich, weiterhin interessante Themen für dich zu behandeln. Auf Spotify, Apple Podcasts oder jeder anderen Plattform kannst du mich unterstützen, indem du mir folgst und eine positive Bewertung hinterlässt. Jede Bewertung und jeder Kommentar sind Gold wert und helfen dabei, diese Community zu vergrößern. Und falls du auf Social Media unterwegs bist, teile doch gerne diese Folge mit deinen Freunden oder in deiner Story. Tagge mich, damit ich deine Posts sehe und wir uns auch dort vernetzen können. Nochmals danke, dass du Teil dieser Podcast-Reise bist. Bis zur nächsten Episode. Mach's gut und bleib inspiriert.